Ja, die Weißlachse laufen und das bedeutet, wir brauchen Köder für die Weißlachse. Und die Köder fangen wir natürlich easy peasy. Hier zum Beispiel am Windenbach. Lauben. Lauben einfach hier mit drei Routen aufentspannt. Man könnte natürlich auch eine Stippe nehmen, aber Stippe ist immer so ein bisschen meh. Und dann einfach hier mit diesen billigen Bollorouten auf Laube und das klappt auch ganz gut. Also, es ist morgens, es ist schon 6 Uhr durch und ich habe auch schon die ersten Lauben gefangen hier. Und die nächsten gehen glaube ich gerade hier unter. Zögerlich, mal mehr, mal weniger. Aber die ersten Brocken sind auch schon da. Die ersten Lauben gehen auch schon rein. Ganz locker ausgeworfen hier. Was sind das? Ungefähr 6, 7 Meter. Mehr ist das nicht. Auf den billigsten Bollorouten im Game. Sollte eigentlich auch jeder kennen. Ist ja auch schon mehrfach erwähnt worden. Auch in den ganzen Tutorials. Immer wieder für die Laube. Super easy, super gut und ganz entspannt zu fangen damit. Und da geht schon wieder was rein. Beziehungsweise die geht glaube ich schon wieder hoch, die Pose. Da gucken wir mal, ob die vielleicht nochmal wieder runter geht. Lieber nochmal ein bisschen warten, ob der Fisch da nochmal zubbelt. Ja und von den Größen her ist es auch gerade ganz gut. Guck, da zubbelt es auch wieder. Da ist die Laube noch. Aber die ist als erstes hier auf A3. Und dann nehmen wir die doch als erstes hier. Zack, die nächste Laube und zack, da ist direkt die nächste auf der Mitte. Jawohl, die hat auch wieder ein gutes Gewicht. Also 40 Gramm ist es so. Wir gucken gleich nochmal kurz rein in die Köderfischgrößen. Ähm, denn wir brauchen ja fürs Weißlachsangeln Köderfische. Ab 41 Gramm. 41 Gramm. 41 Gramm. Ähm, ne Moment. Doch, ab 40 Gramm. Ab 40 Gramm bis 70 Gramm. Siehste, das ist doch gut. Also 40 Gramm bis 70 Gramm. Und so sieht es aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Köderfische. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann das? Ne, 8 Fische. Also von 8 Fischen 6 Köderfische. Super. Perfekt. So soll das sein. Zwischendurch noch ein Trophy. Klar, noch so ein Trophy nimmt man auch gerne mit. Ah je, jetzt sind sie hier alle abgesackt. Geht da noch was? Da ist auch noch was dran. Eieiei. Also, die nehmen wir natürlich schnell eben alle mit. Alles, was maßig ist, am besten alles mitnehmen. Alles, was unmaßig ist, kann man auch eigentlich direkt wieder wegschmeißen. Wobei, ich hebe die mal auf. Es gibt auch immer mal wieder Kaffeeaufträge hier am Windenbach für Laube, auch für Unmaßige. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit. Im Großen und Ganzen, wenn du dir jetzt denkst, ja wie denn, was denn jetzt, Köderfisch, Laube? Ich bin noch gar nicht, also soweit will ich, also Weißlachsangeln ist noch gar nicht mein Ding. Ja, gar nicht schlimm. Einfach Lauben angeln. XP sind richtig gut. Silber ist richtig gut. Also es lohnt sich auf Laube zu angeln, wenn man einfach nur kleine Fische fangen will. Und wenn man jetzt nicht irgendwie ein großartiges, besonderes Setup hat, kann man eben auch hier einfach mit der Anfängerstippe sich hinstellen und ganz normal eben hier auf Laube stippen. Von der Position her, die erfahrenen Spieler haben es bestimmt schon direkt erkannt. Wir sind hier am Windenbach, einmal kurz hier über die Brücke rüber und dann hoch an den Tümpel, an den Seitenarm. Und ja, das ist quasi kurz oder fast das Ende vom Seitenarm. Da wollen wir hin. Und da lübt das immer ganz gut. Direkt hier in Richtung von dem 2 Meter Loch und dann von der Entfernung so ungefähr 6, 7 Meter weit rauswerfen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie ich die Tiefe eingestellt habe. Ich hoffe, das passt. Habe ich das richtig eingestellt? Nein, habe ich nicht. Aber es hat auch schon funktioniert. 18 Zentimeter ist klassisch, also ganz flach unter der Oberfläche. Sollte mit am besten funktionieren. Die waren jetzt hier tatsächlich alle auf 80 Zentimeter. Hat auch funktioniert. Na guck. 80 Zentimeter ungefähr. Jetzt stellen wir hier aber auf 18, also knapp unter der Oberfläche. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht sogar noch eine bessere Frequenz hinbekommen. Und auch hier wieder ganz knapp unter der Oberfläche. So, 18 Zentimeter ist das Geringste, was man einstellen kann. Wenn ihr noch ein paar alte Videos kennt, da war dann damals noch möglich auf 17 Zentimeter. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich. Jetzt ist 18 Zentimeter das Flachste. Ja, und jetzt steht man hier natürlich, egal eigentlich bei welchem Wetter. Jetzt ist gerade Regenwetter, aber normalerweise klappt das eben auch bei Sonnenschein, bei bewölktem Wetter. Aber egal wie, klappt das immer wieder ganz gut. Ja, hier sieht man gerade den Vorteil von den kleinen Bollos. Komm ran hier. Man kann einfach mal schnell anschlagen. Das ist natürlich mit der Stippe immer ein bisschen schwierig. Denn da ist das halt mit dem Anschlagsetzen immer so ein bisschen so ein Ding. Und da ist die 1 jetzt gerade aktiv. Zack, und die nächste. Also, Frequenz ist schon da, läuft. Und die Frequenz geht auch tatsächlich nach oben jetzt. Und auf der 3 geht es weiter. Jetzt geht es halt richtig ab hier. Also, läuft richtig gut. Größe auch richtig gut. Das sind genau die Lauben, die man haben will, wenn man auf Weißlachs angelt. Und da zubbelt es direkt weiter hier in der Mitte. So, und weiter geht es. Übrigens, wenn ihr Bock habt, hier geht natürlich auch, na gut, die wollen wir hier nicht, hier gehen auch die Frösche. Einfach hier vorne hinwerfen. Zack, auf Frosch geht auch. Aber Frosch lohnt sich vielleicht eher als Köderfisch oder als Ködertier, als Köder sozusagen, beziehungsweise als Fisch oder Tier zum Beangeln, um damit Silber zu machen, lohnt es sich nicht. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Also, dafür dann die teuren Fliegen zu verangeln, macht keinen Sinn. Sollten die Fliegen an dem Gewässer ausverkauft sein, dann gibt es ganz viele andere Köder für Laube. Das heißt, ich kann auch hier mal direkt wechseln. Also, einer der billigsten Köder für Laube ist Perlgraubenbrei. Perlgraubenbrei, raus damit und gebe ihm. Also, genauso gut, wie quasi die teure Fliege funktioniert, muss man halt bloß machen und dranhängen. Nächstes Ding, Zuckmückenlarve kann man machen, man hat aber immer mal wieder Barsche dabei. Bremse, häufig sind die Fliegen ausverkauft und die Bremsen sind nicht ausverkauft, also Bremsen kaufen kann man natürlich auch machen. Was hatten wir zuletzt noch? Ich glaube sogar Haferbrei und sowas ging auch. Wurden da nicht sogar Trophies und Super-Trophies gefangen? Irgendwas hatte ich doch da noch in Erinnerung. Hier war schon was dran, da müssen wir direkt nochmal wieder auswerfen. Also, es gehen viele verschiedene Köder. Von daher keine Ausrede, wenn ihr sagt, ah, es gibt keine Lauben, ich habe keine Lauben, ich habe keine Fliegen, ich kann nicht. Nö, einfach mal hinstellen, machen, testen hier. Zack, da war gerade auf der Bremse der Biss. Es gehen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Köder mit der Laube und mit diesem Fisch kann man richtig gut Cash machen. Ich bin jetzt 10 Minuten hier, ich habe bald 20 Fischis zusammen und das noch nicht mal mit dauerhoher Frequenz, sondern anfangs war das ja noch mit ein bisschen geringerer Frequenz. Also, da würde noch deutlich mehr gehen und wenn man sich so ein bisschen mehr darauf konzentriert, geht da auch noch mehr als jetzt eben hier die 20 Fischis. Kriegen wir den noch? Ne, kriegen wir nicht mehr. So, den hier werfen wir jetzt wieder raus und dann gucken wir, was da geht. Wenn man natürlich jetzt hier von der Fliege weg ist, hat man natürlich auch immer mal wieder andere Fische dran. Das passiert natürlich regelmäßig, aber im Großen und Ganzen passt das so. Vom Setup haben wir wahrscheinlich gerade oder habt ihr wahrscheinlich schon gerade gesehen. Ich hatte es ja gerade schon eingeblendet. Wir gucken gerade nochmal eben hier. Das Setup ist dieses. Also, das sind die ganz, ganz, ganz billigen Bollos. Die liegen so, also ich sage mal, das gesamte Setup, das teuerste am Setup ist die Schnur gerade. Das gesamte Setup liegt wohl so ungefähr bei, ich glaube um die 60, die Route, die Rolle liegt bei 10 Silber, 70 und die Schnur liegt, glaube ich, bei 30 oder 40 Silber. Also, die Schnur ist, glaube ich, mit so das teuerste fast. Oder liegt die bei 70 sogar, die Schnur? Ich weiß es nicht. Ist aber auch nicht notwendig. Man kann natürlich auch mit einer anderen Monoschnur hier reingehen. Aber das ist schon eine sehr, sehr geile Schnur. Das ist die Snake Invisible Monoschnur. Also eine sehr, sehr durchsichtige, transparente Monoschnur, die halt hervorragend ist, während ihren, wegen ihrer Eigenschaften. Also zum einen transparent und zum anderen ein hoher Dehnungseffekt damit bei. Das heißt, wenn große Fische reingehen, auch auf diesem kleinen Setup von nur 3, knapp 3 oder über knapp über 3 Kilo, dann hat man hier eine richtig schön hohe Dehnung nochmal drauf. Das heißt, man macht die Fische zusätzlich nochmal schön müde damit und hat den Drill leichter. Von der Größe des Hakens, 20er Haken, ist für Köderfische richtig, richtig gut. Ihr habt es gesehen hier, bei der Größe der Fische, die hier drangegangen sind oder die ich schon im Kescher habe, das funktioniert damit super gut. Von der Anzahl der Frequenz, also die Frequenz ist zum einen gut und eben die Anzahl der Fische, die eben genau das richtige Maß haben für das Köderfischangeln. Oder fürs Verarbeiten zum Köderfisch. Wo ist er denn hier hingegangen? Wo bleibt denn die Pose? Ah, da ist sie. Die war ja richtig weit unten. So, jetzt nochmal schön raus. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Wir haben den Spot, wir haben das Setup, wir haben die verschiedensten Köder. So, zack. Nächste Laube hier auch auf, was ist das? Genau, der Haferbrei geht auch. Bremse, wie gesagt, hat auch gerade schon geliefert. Perlgraupe liefert auch. Und das ist ja jetzt hier einer von mehreren Spots am Windenbach, die immer wieder funktionieren, aber eben auch ein sehr bequemer Spot. Denn bei den anderen, hier hinten zum Beispiel am Laubenbaum, hier ist so ein Baum, der so ein bisschen über dem Wasser steht. Da gehen auch immer mal wieder die Lauben. Aber da ist es so, dass du da die ganze Zeit Strömung hast. Also mit einer Stippe kann man das machen. Warum auch nicht? Aber, und da haben wir den nächsten Brocken. Perlgraubenbrei, die nächste Laube. Aber für entspannt ist es natürlich deutlich angenehmer, wenn man die jetzt einfach so rausziehen kann. Und dann hat man die drei Routen direkt nebeneinander liegen. So, ich renne mal kurz zurück und wir gucken uns nochmal schnell an, was denn die Laube an sich so bringt. Und neben den hervorragenden XP, also es lohnt sich absolut im Low- und Mid-Level-Bereich. Und selbst mit Level 20 Plus lohnt es sich noch auf Laube zu angeln. Gerade wenn man hier eben auf hohe Frequenz ist, ratzfatz einfach mal eben eine Laubensession einlegen für die Abwechslung. Jetzt gucken wir gerade mal eben rein, gibt es Kaffeeaufträge. Hier, tatsächlich, 5, ach guck, genau das, wie vorhin schon gesagt, die unmaßigen 5 Stück, zack, bringen jetzt hier 20 Silber. Diese 5, diese 5 würden normalerweise, vergleichen wir es nochmal eben nach Gewicht sortieren. Diese 5 bringen normalerweise 0, also nicht mal 1 Silber, 0,15 Silber. Und jetzt im Café bringen diese Lauben einfach mal 20,19,92 Silber, also knapp 20 Silber. Tipptopp, verkauft natürlich. Perfekt. So, irgendwas Kleines, ja, Kaulbarsch könnte auch reingehen, Güster, kleine Giebel gehen da bestimmt auch zwischendurch mal rein, je nachdem welche Küder ihr da verwendet. Also durchaus möglich, wenn ihr euch da den Kescher voll macht. Und ansonsten gucken wir mal eben nach dem Preis. Solche Trophys gehen auch regelmäßig rein, mal eben 30 Silber nochmal auf den Kopf. Und in Gänze, jo, 18 Lauben jetzt noch dabei, 66 Silber, 80 Silber jetzt. Von der Fangzeit war ich jetzt hier knappe 15 Minuten unterwegs, 80 Silber mit Low Budget Setup. Setup, also kann man machen, Kratching, weg damit. Ich gehe nicht auf Weißlachs angeln, ich hatte die ganzen Dinger schon, easy peasy. Und jetzt werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick rein. Stationär Rolle, das ist die billigste. Wir nehmen die 3000er, kostet 9,2 Silber. Dann gucken wir nochmal eben auf die Bolloroute, auch hier die billigste und die kürzeste. Wir brauchen nicht die langen hier, sondern wir nehmen die ganz billigen, die kurzen. Da kommt es auch nur, wie gesagt, auf die Länge hier gerade an. Und da wir ja eh nicht weit auswerfen für sowas, reichen die kurzen. Also, ja, knapp 59 Silber, das ist halt diese Rote, die ich hier immer verwende. Sensationell. Und dann haben wir jetzt noch die Schnur, da sind wir jetzt also zusammen bei 59 und 9 sind 68. Ich glaube, das passt, ne? Ich glaube, das passt, gerade noch überlegt. Aber ja, es ist mitten in der Nacht, wird langsam Zeit. Und jetzt haben wir noch die Schnur, da ist sie, Mono und dann brauchen wir hier die, nicht die Heavy Line. Wir brauchen die Invisible, Ultraline, hier ist sie, Invisible. Und dann auch die, nicht die ganz dünne, die ist auch nicht schlecht, aber wir brauchen die vom Setup her. Ich glaube, die mit 5,5, ne, mit, die hier ist es, ne? Ja, 3,7 oder 3,2, aber egal, ja, tatsächlich, die liegt bei 75 Silber. Muss man nicht machen, kann man sich gönnen. Man kann aber auch genauso anfangen mit der ganz billigen hier für 4 Silber, wenn man damit dann startet. Natürlich passend zum Wurfgewicht, das heißt, dass man da eben die Bolognese guckt. Wir haben hier 3,8 Kilo maximale Tragfähigkeit und dementsprechend schnappen wir uns dann die Monoschnur und nehmen dann hier die zum Beispiel mit 3,1. Das reicht dann auch komplett, kostet 4 Silber und ab dafür. Also, so easy und so leicht auf die ganz kleinen Fische und der Riesenvorteil ist, weil wir von diesen ganz kleinen Fischen sehr schnell die Maximalgröße bis hin zur Trophy fangen, verdient man damit sehr viel Geld und sehr viel Silber. Das ist der Riesenvorteil, wie auch schon in den ganzen Tutorials erklärt. Ich verlinke nochmal die gesamte Playlist zu den Tutorials, da einfach mal reingucken, wenn du gerade am Anfang bist vom Game und dann lüppt das auch mit dem Game. Und wenn du Bock hast auf Weißlachs und dir noch ein paar Küder fehlen, da lüppt das Ganze auch richtig gut. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri. 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 Petri.